Was hast du da? WTF? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart Wii. Lange Zeit ist es her, der gute alte Tommy ist mal wieder am Start und heute spielen wir mal auf gute alte Zeiten Mario Kart Wii. Let's go! Alles klar, dann starten wir mal. Machen wir das wieder mit? Mit Item, das ist... No Item, ich weiß nicht was das kommt, glaube ich nicht so gut. Mit hätte die Gefäße oder Original? Puh. Das ist schön. Hallo, ich bin Eddie. Wie? Wie Sabine hat so viel für die NKW und die Community getan, aber er kann nicht mentionen, oder er hat bisher nie ein Skript ausgefragt, weil er selber... ... 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 Ja, hab ich schon mal gekriegt. Joa, okay. Hab ich auch gekriegt. Das... Achso, ja. Haarscharf. Oh, ich hasse das eigentlich so sehr. Zwei Losers. Und vier Losers. Two more. Ach, Spaß. Wir haben vorher schon eine Runde gespielt und da hab ich hart gewählt. Ein bisschen. Aber Custom Tracks ist auch hart. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ah, Luigi. Stimmt, ich glaub das auch einer der Stecken, die du mochtest. Hab ich für mich. Ich hab schon... Ich hab so viel jetzt vergessen. Stimmt, die Tekashi Kanava war glaub deine Mainstecker schlechthin. Ja, die bin ich sehr oft gefahren. Stimmt, stimmt, stimmt. Coconut Mall war nie so mein Fall. Oh ja. Was hast du da... WTF? Das... Musst du dir irgendwann mal im Stream angucken. Das... War schon echt kurios gerade. Du bist bei mir links gefahren, aber hast rechts die Green hingeworfen. Weil ich halt rechts gefahren wär. Und das hat mich sowas von perfekt gesnipet. Und du warst halt komplett raus. In der... Nicht... In der Reichweite, dass ich dich irgendwie noch treffen könnte. Das war schon... Well played. Gucken wir mal weiter. Ja, auf jeden Fall. Nein. Ich hab mich nicht immer gehasst dafür, dass ich immer die Stecken genommen habe. Weil ich hab da eigentlich fast jeden Auto auseinandergenommen. Die Stecke ist auch geil. Du konntest den Glitch auch relativ consistent, ne? Ja... Ich... 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 Danach hab ich halt nur noch 5 Stunden gebraucht. Irgendwann wurde ich natürlich besser. Aber consistent konnte ich nie. Vor allem kam ja dann irgendwann die neuere Variante raus. Hier schon direkt am Anfang. Einen Stunt reinmachen. Das war hart. Ja, Tommi. Du bist immer noch gut. Danke. So, Abflussstrecke für die 100 CC gehabt. Hoffentlich schon. War es auch der letzte 100 CC gehabt. Ja. Oh, Joschikas Garten, die ist cool. Oh, EasyNest. Vielen Dank für deinen Follow. Danke, Tommi. Ich hab dir vor 10 Minuten oder so. 10 Minuten oder so, ja. Hat ein bisschen gedauert, ne? Auf jeden, späte Reaktion. Danke. Danke schön. Oh, okay. Haha. Haha. Was? Ich hab ne, da war ne Banane hinter mir. Ja, ich bin aufs Screen gefahren. Haha. Hm. 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 Hast du den Pilz genommen, der vom Goomba gedroppt wurde? Ja. Was mach ich bloß? Was? Ich leg dir die ganzen Pilze frei. Geil. Who taste this? Mashroom user. Hast du die ganze Pilze oder wie warst du nicht? Nee, ich hab ihn sturmlos versucht. Ich hab ihn gerade geschafft. Aber erst in der zweiten Runde. Da war schon wieder ein Zoom. Lul. Ja sag ich ja. Haha. Ich hab schon gewusst, dass du den nehmen wirst. Verdammt. Haha. Predict it. Oh. 4-0. Again. Das ist nicht dein Ernst. Die Statistik, die kann ich doch niemandem zeigen. Hahaha. Ja. Egal. Wir spielen jetzt nochmal ne Runde, dann steht er nämlich nicht 8-0. Steht er vielleicht. 12-0. 8-4. Oh fuu. Ja, dann machen wir noch nen Cup. Und danach können wir ins WW reingehen. Oder Global WW. Das heißt, erstmal die Normalstecken Global WW fahren. Und danach ins CTGV reingehen. Ja. Würde ich auch sagen. So, ich guck mich mal die Stelle an. LOL. Okay, das sah echt weird aus. Komm, shit. Hahaha. Alter, wie geil. Ich muss nen Clip draus machen. Ja, bitte. Ich werd euch... Spiegel... Uff. Ich werd da noch... Ich werd da kein Kampfgeld nehmen. Oh, wieso nicht? Ach, Pitchloch. Ach, cool dabei. Mal gucken, ob ich noch so fort das Ding schocken kann. Mit nem Pilz? Ja, ja. Na gut, let's go. So. Du... Ich hab... Ich hab übrigens nen Pilz. Den hab ich jetzt verwenden müssen. Hahaha. Und ich fack... Ich bekomme die Thundercloud. Juhu! Thundercloud. Ja, ne? Wie oft hattest du sie heute gesehen? Warte mal. Hast du sie überhaupt bekommen? Was? Die Thundercloud? Ne. Ja, warum sagst du dann fünfmal? Nein, nein. Du. Ich mein, wie oft hast du sie bekommen? Gar nicht. Ich mein, das hab ich fünfmal gesehen. Also. Damn. Da merkt man, dass ich halt konstant auf dem zweiten bin. Ich hab's gut gemacht. Sorry. Ich hab's gut gemacht. Dickey. Hast du ihn geschafft vorhin? Aber du hast gar kein Pilz bisher gekriegt, oder? Oh, ne. Ich hab ihn ja nicht. Ja, gut. Dann komm ich dir mal eins sofort. Warte, dein Pilz runter! Hahaha. Los runter. Viel zu früh. Viel. Viel zu früh. Hahaha. Dann komm ich dir mal zuvor. Oh, der wird rumpfen. Oh, boah, der ist zu süß. Oh, RIP. Oh, das ist... Hahaha. Geil. Wahoo! Okay, ich glaub dein Sound hör ich doch ein bisschen. Wobei ich mag Funky Kong schreien. Oh, ich glaub's nicht. Ich glaub... Stimmt, im Wunder, dass du Funky Kong spielst. Du bist ja der... Boah. Boah. Nehmen wir noch mal RIP. Ich mag die. Yeah. Oh, du kannst nimmst du wieder. Oh, Goldmine. Okay. Der Clip kannst nicht erstellen. Es hängt die ganze Zeit zum Black Screen. Ich glaub jetzt mal mit einem anderen Bros nach mal raus. Ja, oder... Immer Refreshen. Vielleicht wird das ja schon reichen. Achso. Achso. Du bist wirklich kein... ähm... Slipdrift-User, ne? Wieso meinst du das? Weiß ich... Also nutzt du Slipdrift häufig oder bist du... Lässt du's eher? Ja, kommt doch zur Situation nochmal. Naja, klar. Ich meine, wenn du jetzt... Sagen wir mal, du kannst drei Mini-Turbos mit nem Slipdrift ziehen. Ohne würdest du aber nur zwei machen. Würdest du dich dann eher für drei entscheiden? Und risken? Oder eher lieber zwei machen? Ja. Drei. Ja, okay. Geh mal auch so. Oh, jetzt hab ich den Slipdrift leider verkackt. Und die Chain Release sind auch echt hart. Ja. Oh, fuck. Nein. Ich fahre meine eigene Facebook-Fan. Sü... Schüsch. Ehre. Im Sinne von... Ich hab's auch endlich mal geschafft. Ich konnte meinen Titel verteidigen. Wow, eins. Das war das mit Thumbnail. Scheiße, da steht kein Eins. Jetzt. Okay, perfekt. Oh, Mann ey. Das war ja mein eigenes. Oh. So. Uh, gold mit nach Spiegel. Oh. Das war doch die Parade-Strecke von Black. Erinnerst du dich noch an Black? Ja. Ja, klar. Achso. Der gute alte Blackie-Boy-39. Blackie-Boy. Ja, stimmt. Der die ganzen BKT's rausgehauen hat. Oder wie er einfach den... Diesen YouTuber abge... Fertig gemacht hat. Wen? Wie hieß nochmal der? Das war so ein... Mario Kart... Ein deutscher Mario Kart YouTuber, der Zeitfahr-Videos gemacht hat. Ah. Le... 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 Wie hieß er? Lehnert. Lehnert. Ja, genau. Sozi. Ja, ja. Sozi kenn ich. Sozi. Den hab ich richtig gefeiert. Ja, ich auch. Sozi war einer. Der war wie KDK gegen Black. So depressiv Teil. Ohne Scheiße. Er hat so gefurcht gefehlt, dass er noch zu tief begeht. Im schönsten Fallen. No joke. Der war so deprimiert als... Das war so lustig ey. Ja... Hätte er ihn mal bloß nicht dazu irgendwie animiert mitzumachen. Wie meinst du? Na ja, dass Black an dem Turnier TIE genommen hat. Ach so. Ja. Ich mein, dann wär's easy win für Sozi gewesen. Ich verstehe nicht. Aber so hat er wirklich gegen ein Top Tier gespielt. Und... Ja, war 50-50 Chance ne? Die waren wirklich Kopf an Kopf. Ja. Der eine war theoretisch übertrieben krass. Der andere konnte den in der Praxis alles besser anwenden. Ja. Und Sub 2. Gut gemacht. Danke, danke. Ha. Ich hab auch einen Sieg. Ich kann mich profilieren. Scheiße. Wie könnte mir das passieren, dass ich meine eigene Fakebox reinfahre? Ach krass. Das... Das frustet dich immer noch. Ja klar. Wenn mich Leute outplayen, frustet mich das nur bedingt. Aber wenn ich mich selber outplaye, dann bin ich richtig mad. Ich lach dann meistens über mich. Ja, ich bin dann meistens mad, weil ich hasse es. Ey, und... Wieso? Oh, es ist... Das Twitch ist so verbuggt. Ich kann immer noch keinen Clip bestellen. Jetzt sind 5 Clips erstellt. Sorry. Sorry für den Spam. Ich vermischt mich. Ist okay, ist okay. Mir wird es leider nicht angezeigt. Ich würd's gerne abspielen. Aber normalerweise würde der Clip doch im Chat... ...angezeigt werden. Eigentlich müsste man doch... Oh. Ach so. Ich dachte... Bist nicht so. Aber doch. Haut mir direkt. Okay. Ich weiß nicht, ob ich den Schwul geschafft habe. Oh. Challenge accepted. Let's go. Drei von drei. Schwul miscut. Ah, Moment. Spiegel? Egal. Ich hau trotzdem raus. Ah, ich faust geschafft. Das war so knapp. Oh oh. Ne. War nicht mehr als knapp. Hab die Inputs vertauscht. Wegen Spiegel. Kaum nicht ganz. Also bin zu weit rechts gesprungen. Wir machen's auf jeden Fall. Sobald wir 150cc. Trotzfabrik mal fahren. Wir machen's auf jeden Fall. Sobald wir 150cc. Trotzfabrik mal fahren. Wir machen's auf jeden Fall. Nein, das ist immer so close. Fuck. Oh. Hast du gesehen? Ich hab noch eine Blue Shell gekriegt. Die hab ich auf mich selber gefeuert. Nein. Okay. Letzter. Letzter. Okay. Letzter. Letzter. Oh. Geschafft. Nice. Aber so close. Aber ultra close. Aber ultra close. Das ist echt knapp. 3-1. Für dich. Gut gemacht. Props an meinem Gegner. Das war's nicht gut. Aber du hast es verdient. Du hast Link 00 Zelda besiegt. Ja. Heftig. So. Das war's auch erstmal wieder mit Link 00 Zelda und Mario Kart Wii. Falls es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da. Oder einen Daumen nach oben. Oder beides. Man kann ja nie wissen. Vielleicht ist ja beides ganz gut. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.